Die neu gewählte britische Labour-Regierung hat Subventionen für Technologieprojekte im Wert von rund 1,5 Milliarden Euro gestrichen. Betroffen sind ein Exascale-Supercomputer und ein Projekt für künstliche Intelligenz. Die Universität von Edinburgh, die umgerechnet bereits etwa 36 Millionen Euro für den Supercomputer ausgegeben hat, trifft das besonders hart. Die Zukunft des Projekts ist ungewiss. Die Entscheidung folgte auf die Nachricht, dass die vorherige Regierung ein Finanzloch von umgerechnet etwa 26 Milliarden Euro hinterlassen hat. Tesla hat den Ausbau seiner Fabrik in Grünheide nahe Berlin auf Eis gelegt. Trotz wachsender Widerstände und einer schwierigen Marktlage hält das Unternehmen grundsätzlich an seinen Ausbauplänen fest. Allerdings soll der Ausbau erst fortgesetzt werden, wenn klare Signale vom Markt kommen, dass die zusätzliche Produktion gewünscht sei. In den ersten sechs Monaten dieses Jahres wurden in Deutschland deutlich weniger Elektroautos neu zugelassen als im Vorjahreszeitraum. Die bayerische Staatsregierung plant Cloud-Dienste von Microsoft in ihren Behörden einzuführen. Behörden des Landes und der Kommunen sollen künftig Dienste wie das Office-Paket 365, Teams und Co-Pilot nutzen können. Viele Datenschützer sehen den Einsatz der Microsoft-Cloud-Dienste in der Verwaltung kritisch. Wann die Einführung starten soll, ist noch nicht bekannt. Aktuell laufen Gespräche zwischen dem Ministerium und dem Landesbeauftragten für Datenschutz. Intel hat angekündigt, die Garantiezeit seiner Desktop-Prozessoren aus der Familie Raptor Lake um zwei Jahre auf insgesamt fünf Jahre zu verlängern. Das gilt für die Serien Core i13000 sowie Core i14000. Die Garantieverlängerung ist eine Reaktion auf fehlerhaften Mikrocode, der zu ungewollt hohen CPU-Spannungen und möglicherweise zu instabilen Taktfrequenzen sowie Abstürzen führen kann. BIOS-Updates mit neuem Mikrocode wurden angekündigt und sollen das Problem zeitnah beheben. KI-Modelle könnten dysfunktional werden, wenn sie mit Daten gefüttert werden, die wiederum selbst von künstlicher Intelligenz generiert wurden. Das haben Forscher der Rice-Universität in Houston, Texas herausgefunden. Sie wiesen nach, dass KI-generierte Bilder schlechter werden, wenn die KI-generierten Bilder selbst zum Training neuer Generationen benutzt werden. Die Studie warnt vor einer selbstkonsumierenden Schleife, die nach wenigen Generationen neue Modelle irreparabel beschädigen könne. Darüber hinaus fordern die Forscher eine transparente Kennzeichnung von KI-generierten Inhalten. Diese und weitere aktuelle Nachrichten finden Sie ausführlich auf heise.de.